Was geht ab Leute und Leute und Leute und Leute und Games sind willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot! Also, was ich hier passiert? Also, was ich hier passiert? Ja, ich habe gerade versucht, dass ich hier ein Problem habe. Ich wollte mich hier auf Bruma zu sprechen. Aber ich habe gerade wieder rausgekommen. Das stimmt. Das hilft, es hilft. Ja, das ist gut. Also, das ist ein Problem. eigentlich muss die nur sauer werden dann ist eigentlich alles geregelt gut auf zum dorf genießt nicht gut es war irgendwo in den gebirgen bei son goku in der nähe da waren irgendwie so sträucher da hat so ein tension hammer gekämpft 53 er müsste 70 sein oder 60 sein wird schwer aber soweit man sich immer auf attacken des gegners eingestellt hat gar kein thema mehr das würde ein kinderspiel das sind die pflanzen männer also das sind ja noch die viecher von vegeta und auch einer von denen sein okay das ist hochgradig gestört interessiert die ehrlich gesagt ein scheiß die beißen ja auch so den kopf ab 9 50 ja ne ist klar und dann ist immer geil was er jetzt in zwei klar bin ich doch dabei in demnig gar keine chance wenn er die sommer draufballern will mit dem mitte ausschlag ich konnte nicht mehr rechtzeitig blocken ich habe mir auf meine energie anzeigen geachtet es wird zeit ein super sehr schön zwei kombination der nächste bitte habe ich bin immer noch drin hallo nicht immer betäubt keine berge in der nähe leider wo ist ja weit geflogen ich weiß nicht viel schaden aber ich schaff es trotzdem das sind schweine die wollen auch was in der verteidigung sehen ihr könnt ihr mich danken ihr könnt ihm ich sag ja die hätte die kleinen freaks erledigt haben sie gleichzeitig niesen weil er den namen erwähnt hat es haben die witzig gemacht ja da ist sie wieder los geht's kochen ja 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 kascha westliche hauptstadt checken es aus na wenigstens haben wir da glück hee 出場するんだ今度の展開市武道会 なんで実は ミスターサタン ミスターサタンってセルと戦った時 着闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメイトなんだ えっでも結構いい子なんですよ でもその子に僕の変身がバレちゃって ミスターサタンってセルと戦った時 着闘技世界チャンピオンのその娘がクラスメイトなんだ でも結構いい子なんですよでもその子に僕の変身がバレちゃって 一緒に展開市武道会に 道路ね これが本当に良い子だよでも お父さんは何? はい Nein, ich habe keinen Kommentar. das ist das 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 Ich kann dir das. warum sollte er auch eigentlich wo er das auch nicht machen das ist alles die schuld von chichi die hat ihm den mist in den kopf gesetzt ab zum kamei auswärts hier was abgeht das ist das ist und sie hat wirklich eine tochter mit ihr bekommen ich dachte diesen ein cyborg er hat sie gehört sagte er jetzt haare auf dem kopf eigentlich gar nicht so schlecht dann können wir eigentlich gleich mal gucken ob es nicht ein paar boden für uns gibt nur mal vorbei schnuppern mal gucken was die kleine katze sagt wenn er überhaupt da ist ja diesmal ja ich kriege auch noch acht stück aber wir müssen erst mal gegenstände sensu bohne moment moment auswahl öffnen y ist immer gut so muss ich nicht auf die karte können wir einfach da oben fliegen sagen wir piccolo bescheid und wie gesagt denn das groß geworden aber jeder sagt das outfit ist irgendwie dumm und wieder zu sagen wir sind nur unterwegs eigentlich sind wir mehr auf ladebildschirm als wegen wir jetzt story gerade kriegen lasst das turnier einfach beginnen würde ich sagen ja muss ja noch fahren noch Für mich ist das, dass ich die Schule und nicht so viel trainieren muss. Hey! Das ist für den Gokun-Sag-Ten-Kai-I-Budau-Kai. Das ist das Big News. Das war gut, Gowtten. Ich kann nur noch ein paar Mal sehen. Ich habe nur einen Tag. Ich habe nur einen Tag. Ich habe einen Tag. Ich habe einen Tag. soja hier sieht die hände ist gegen kämpfer sobald das geld hat ja auch genau und der kleine ganz normal aus dem nicht super seien geworden heißt er könnte noch stärker sein als wenn er außerdem nichts in dem alter schon super seien werden kann prügeln wir den trotzdem ins nächste jahrtausend einfach mal so ein bisschen stärker ist von bohren das kann eigentlich gar nicht sein ich glaube denn erstmal durch zehn millionen berge da haut aber auch nicht zu auch ein bisschen mehr schaden ha ha ausgewiesen miss 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 das geht auch noch daneben volle power man muss so kämpfen an das hat man gar keine chance war sogar im wasser drauf ballern hat man immer noch die beste chance aber viel leben ist ein bisschen zurück lästig was so gut super seien aber noch nicht so stark kurz den perlöffel über mir ist mein bruder nicht nerven mann mein Gott der lässt sich nicht in Ruhe und wir gehen drüber hinaus klar bin ich betäubt der ist stark es gibt keine gute Bewertung doch es obwohl ich so viel Leben verloren habe nicht schlechte und wenn man das außen nichts weiß ich wirklich aus wie son koko älter klein war verrückt verrückt so Und sie kann fliegen. Es ist eine große Sache. Ja, genau das. Ihr seid an die Seele. Ich bin natürlich nicht so, dass du das alles mitmachst. Das ist normal. Ich bin noch ein paar Dinge. Wenn du die Seele aus wirst, dann kannst du auch das mal wissen. Oder? Nein, nein. Das ist nicht, aber... Was ist das? So, wie gesagt, was ich... Be... Peter's, die ich noch etwas短. Hm? So, die... ... die... ... die... ... die... ... die... ... die...